Herzlich willkommen zu den ersten bewegten Bildern von mir zu 4.0. Wir fangen mal mit dem Gunner an. Und zwar habe ich den in den letzten drei Tagen ein bisschen hochgelevelt, bin inzwischen auf 61. Und jetzt hier mal vom Start, dass ihr ein bisschen mitbekommt, wie das Ganze so abläuft. Der Gunner am Anfang hat ein Skill, wie jeder andere auch, bloß dass der mit dem hier einfach mal sämtliche Gegner one-hitted. Es ist relativ entspannt am Anfang den Gunner hochzuleveln, selbst wenn man überhaupt kein Gear hat, das wird man später auch noch sehen. Wenn ich jetzt schon vom Gear spreche, muss man dazu sagen, dass sämtliche Skills beim Gunner MV basiert sind. Deshalb ist das Ganze auch relativ gut zu kalkulieren, was man noch so erreichen kann. Was man jetzt hier schön sehen kann, ist, dass die bei 4.0 das komplette Menü und Interface geändert haben. Das Questlog rechts zu sehen haben sie geändert, die Karte ist anders und auch die ganze Menüführung wurde unterteilt. Hier jetzt schön zu sehen, man kann jeden Skill jumpshotten, allerdings braucht man das bei nicht sonderlich vielen. Hier sieht man das jetzt schon, fast alle Skills beim Gunner sind im Laufen ausführbar. Jetzt sind hier zwei Skills dazu gekommen, einmal so eine Art Sperrfeuer und eine Granate, die man wirft. Die Granate senkt die Feuerresistenz und dieser Schuss hier ist feuerbasiert. Das heißt, die Granate erhöht also den Schaden von dem zweiten Skill. Den ersten Skill, den man bekommen hat, benutze ich jetzt im späteren Spiel kaum noch, da der einfach relativ wenig Schaden doch macht und man ihn, wie gesagt, nur im Stehen ausführen kann. Er ist einer von, ich glaube, vier Skills, die man nur im Stehen machen kann mit den Pistolen. Ein bisschen verwundert hat mich das Ganze hier und zwar kann ich jetzt hier auch mit Level 10, was ich gerade bin, schon nach Ingison oder sonst wo hinporten. Weiß ich nicht, was das soll, eventuell ist es nur ein Bug. Auf jeden Fall wird es in Ingison allerdings einen Fast Track Server geben, zumindest in Amerika ist es so, auf dem man dann in Ruhe relativ schnell leveln kann. Und jetzt hier in Amerika auch Doppel-EP bekommt für die Mobs. So, da sind wir dann auch schon wieder ein paar Level weiter. Im Allgemeinen habe ich das Ganze ein bisschen übersprungen. Hier dazu gekommen jetzt einiges an Skills. Man sieht das unten recht gut, das sind drei Skills, die sich den Cooldown teilen. Das ist einmal dieses Sperrfeuer, also auch feuerbasierter Schuss. Dann eben zu sehen gewesen der Stun ganz am Anfang. Jetzt sieht man das Ganze auch nochmal relativ gut. Und dann der dritte, der saugt Mana ab. Ihr werdet mit dem Gunner im Allgemeinen keine Mana-Probleme haben, absolut keine. Ich habe, glaube ich, in dem ganzen Spiel bisher nicht einen Mana-Pot benutzt. HP-Pots kann mal passieren, allerdings später auch nicht mehr so häufig, zumindest im PvE nicht. So, was ist noch neu? Wir haben eine zweite Granate bekommen. Die Granate routet, allerdings nur für ein paar Sekunden. Das reicht gerade so, um ein bisschen wegzuhüpfen. Und speziell hier auf dem amerikanischen Server bei dem relativ schlechten Ping, den ich doch habe, komme ich da meistens nicht wirklich weg, weil die Mobs in der Zeit schon wieder dran sind. Dann gibt es einen Ausweich-Skill. Das ist jetzt wieder der Stun gewesen gerade. Der hat auch Folgeschüsse. Im Allgemeinen, die alle drei Skills, die dort oben sind, haben jeweils noch mindestens zwei Folgeketten, die man relativ häufig ausführen kann. Also man kann bei jedem der Schüsse fünf Schüsse insgesamt machen. Hier hat man jetzt gerade einen Rückzugsschlag gesehen, wie vom Jäger. Allerdings stunt er nicht, sondern macht ein bisschen Schaden und backt einen im Moment durch sämtliche Wände und alles Mögliche durch, was da steht. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber ich vermute es mal eher nicht. Zu meinem Geh muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich nichts sonderlich Tolles habe. Ich habe nicht einen Mana-Stein gesockelt. Ich habe keine besonderen Waffen, nichts. Einfach nur irgendwelchen Crap durch die Quests. Also dafür dauert es eigentlich gar nicht mal so lange, die Mobs zu machen. Hier sieht man es auch ganz gut. Einfach im Laufen, egal ob nach hinten, zur Seite, was weiß ich, die ganzen Skills-Casten. Und mit dem Skill, den ich auf der 3 gelegt habe, kann ich die drei Schüsse einfach wieder aufladen. Ganz links ist Auto-Hit und zwei daneben ist dann Reload. Mit dem lade ich das einfach wieder auf. Hier auch nochmal der Mana-Saug-Saug-Skill. So, da werden wir auch schon wieder ein paar Level weiter. Hier kurz vorm Kalidon-Gebiet, Level 47. Jetzt ist wirklich einiges dazugekommen. Vor allem auch ein paar nennenswerte Schüsse, die dann mit der Kanone dazugekommen sind, die man ab Level 25 nutzen kann. Die möchte ich dann natürlich auch gleich einmal vorstellen. Ich gehe jetzt hier schon mal im Schnelldurchlauf über so ein paar Skills drüber. Wer Zeit hat oder gerne auf Stop drücken möchte, kann sich die gerne durchlesen. Ansonsten möchte ich natürlich nicht einfach alles vorwegnehmen. So, es gibt diverse Buffs. Hier, wie gesagt, einmal noch der Stun. Und da ist noch in die letzte Kette gekommen. Der saugt 20% des Schadens als Leben ab. Leider, leider muss ich sagen, habe ich noch nicht wirklich viel Zeit dazu gehabt, AP zu sammeln. Deswegen habe ich auch nur zwei der AP-Stigmas zum Ausprobieren. Dort war gerade einer zu sehen, der 5000er-Krit. Das ist eines der AP-Stigmas. Der andere befindet sich direkt rechts daneben. Sieht man auch gleich. Hier einmal ein Kanonenskill zum Aufladen natürlich. Schaden ist ja relativ moderat. Da kommen allerdings nachher noch wesentlich stärkerer dazu. Jederzeit einfach wieder dann auf die normalen Pistolen wechseln, weil im Laufen ist der Ganner einfach doch wesentlich stärker als mit der Kanone. Außer natürlich, er hat die Zeit darauf zu schießen. So, hier war einmal kurz der Silence am Ende zu sehen. Und ähnlich wie den Skill, also die dritte Kette von dem Stun-Schuss, gibt es dann auch noch mehr Skills, die Leben absaugen. Zum einen nachher später dann mit 65, zum anderen jetzt aber auch schon. Und zwar befindet sich der rechts mit einem Platz frei neben dem Ausweich-Skill. In der zweiten Leiste, da war er. Und zwar saugt er 100% des Schadens als Leben und 50% als Mana ab. Wie gesagt, überhaupt im Allgemeinen, so beim Leveln, Pots, no need. Beim Leveln kann man echt ganz gechillt, selbst ohne Tag-Speed-Rolle, maximal mit einer Laufrolle, einfach so durch die Gegend laufen. Man merkt es nicht wirklich. Was die ganzen Skills nachher im Einzelnen machen, was es da alles gibt, was für Stun-Möglichkeiten, Cover und was weiß ich, möchte ich gerne, wenn ich fertig bin mit meinem Gunner, also ein bisschen Gier habe und Erfahrung, mit einem Extra-Video einmal vorstellen. Dafür ist jetzt ein bisschen wenig Zeit. Es soll mehr so zum Lustmachen dienen, das Ganze gerade. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann zum Leveln, ist sich irgendwelche MV-basierten Gottsteine auf die Waffen zu machen. Die rocken extrem. Gunner ist ähnlich wie ein Asser mit zwei Waffen unterwegs. Das heißt, hat auch eine extrem hohe Prograte. Und bei mir prockt er wirklich andauernd. Jetzt hier in dem Video lustigerweise gerade nicht, aber ich habe echt Szenen gehabt, auch in der Arena. Da musste ich einfach nur lachen, weil der 1% GS an den richtigen Stellen sowas von oft geprockt ist. Das ist echt sehr schön. Mein Gier an dieser Stelle hat sich dann auch schon ein bisschen verbessert. Ich trage im Moment das 30er MV, also auf MV gesockelte Stoffset. Es gibt auch mit 4.0 dann ein extra Lederset mit dem Gunner. Das hat dann vom Prinzip her die gleichen Z-Effekte und MV-Werte wie das Stoffset. Hat halt nur mehr Dev und so weiter. Und statt MP glaube ich HP. Das hier ist jetzt mal das zweite Stigma, das man hier gerade sieht. Das ist wie mit einem Maschinengewehr. Da kann man sich allerdings leider auch nicht bewegen. Genauso wie bei dem anderen Stigma-Schuss, der vorhin den 5K-Krid gemacht hat. MV-Technisch bin ich jetzt bei ungefähr 2100 gebufft. Das sollte dann später noch ein Tick mehr werden. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass es nicht wirklich lohnt im Moment, die Outdoor-Attacks dazwischen zu rieven. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Waffen nur auf 30 sind. Es sind nämlich auch 30er PvP-Waffen. Oder ob es wirklich generell beim Gunner so ist. Aber es macht nicht sonderlich viel aus. Das Einzige, was es vielleicht dann noch wirklich was ausmacht, wäre die erhöhte GS-Brog-Rate. So, hier dann auch nochmal der Stigma-Schuss zu sehen, den ich vorhin erwähnt hatte. Wie gesagt, bei dem kann man sich auch nicht bewegen. Und auch schon, wie gesagt, durch diesen Delay, den ich habe auf dem Server, bringt mir dieser kurze Route eher wenig. Ich mache noch ein Video, da bin ich im BT beim Leveln. Und da sieht man das Ganze relativ gut, wie man mit dem Route, den man über die Kanone hat, sehr gut die Mobs auskalten, beziehungsweise einfach mal abstellen kann. Zum CC vielleicht noch. Der Gunner hat einen Sleep, der hält 20 Sekunden, ist allerdings ein aufladbarer Skill mit der Kanone. Werde ich nachher auch noch zeigen. Der hat, ähnlich wie die anderen Channel-Skills, ein paar Sekunden Zeit, dann wird es zum 20 Sekunden Sleep. Wenn man ihn nur auf Stufe 1 lässt, ist es ein kurzer Route. Auf Stufe 2 ein 15 Sekunden Route. Und auf Stufe 3 dann, wie gesagt, der Sleep. Ist relativ nützlich, vor allem weil 20 Sekunden ja doch eine relativ große Zeit sind. Man sieht hier in dem Video auch gerade echt gut das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Man braucht wirklich weder Pods noch sonderlich Buffs mit dem Gunner jetzt, zumindest beim Leveln. Ich laufe einfach durch die Gegend. Die Zahl meiner HP-Pods, die dort in der Leiste ist, hat sich nicht verändert. Genauso habe ich wirklich nur die Laufrolle die ganze Zeit drin. Und buff mich auch nicht sonderlich weiter. Also es ist komplett egal. Und 2000 MV sind ja nun nicht wirklich schwierig zu erreichen, um zu leveln. Vor allem dadurch, dass man ja die 30er Rüstung einfach mal rüber handeln kann. So, jetzt sind wir dann auch gleich am Ende. Ich zeige jetzt noch einmal kurz, wie das Ganze dann aussieht, wenn man sich vielleicht doch ein bisschen bufft. Vorher brauche ich natürlich wieder ein bisschen Mana. Da ist dann auch die letzte Kette mit dazu gekommen, hier gerade zu sehen. Macht ein bisschen mehr Schaden, absorbiert dafür weniger Mana. Im Allgemeinen, der erste Schuss absorbiert 100% des Schadens. Also der zweite und der dritte dann jeweils 50% und vierte und fünfte dann jeweils nur noch 20%, glaube ich. Macht dafür aber ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt hier noch zum Abschluss ein Kanonenschuss. Dann hoffe ich, euch hat das Ganze schon mal relativ gut gefallen. Ich beeile mich, dass ich die nächsten Videos hochgeladen bekomme und dann sehen wir uns demnächst wieder. Einige werden sich vermutlich noch fragen, wie ich es denn geschafft habe, so schnell zu leveln. Es gibt jetzt mit 4.0 ganz viele Aufstiegsquests oder Wachstumsquests, die extrem viel EP geben, die man einfach nebenbei machen kann. Außerdem wurde die EP, die man fürs Level abbraucht, ganz schön runtergesetzt, deswegen geht das Ganze relativ schnell. Vor allem hier sieht man, für Trioran bekommt man sogar einen Gottstein. So, dann war es das an dieser Stelle für mich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Warten und wir sehen uns demnächst.